Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, das gilt zumindest für viele als mächtigstes Amt der Welt. Und im November wird in den USA wieder gewählt und darauf schaut gerade die ganze Welt. Klar, scheint einfach um alles zu gehen. Um Drama und Pathos, bei der Inszenierung im Wahlkampf, aber oft auch im Amt selbst. Bei all den Superlativen, die verwendet werden, sind die Geschichten ja beinahe filmreif. Da fragt man sich schon, war das eigentlich schon immer so spektakulär? Was sind es für Männer, die bisher an der Spitze der USA standen und was sind ihre Geschichten? Und ja, bisher sind es tatsächlich nur Männer. Auf jeden Fall bieten diese Geschichten eine Menge Stoff für alle möglichen bisweilen skurrilen Anekdoten. Schauen wir uns also doch mal einige Präsidenten abseits der bekannten Namen wie George Washington oder Barack Obama an. Wen gab's also? Mehr jetzt. Starten wir mit einem eher unbekannten Präsidenten, mit William Henry Harrison. Er hält den Rekord für die kürzeste Amtszeit aller Zeiten in den USA. Und die dauerte gerade mal einen Monat, nämlich den März 1841. Diese kurze Amtszeit leitet er allerdings mit einem weiteren Rekord ein. Harrison hält die längste Antrittsrede aller Zeiten, mehr als zwei Stunden lang. Wie so viele US-Präsidenten vor und nach ihm ist Harrison ein bekannter und beliebter General. Er kämpft gegen die indigene Bevölkerung und gegen die Briten. Als Held dieser Kriege kann er schließlich bei seiner zweiten Kandidatur für das Weiße Haus die Wahl gewinnen. Als erster Präsident stirbt er dann aber im Amt. Mit 68 Jahren an einer Lungenentzündung. Das bedeutet, dass automatisch sein Vizepräsident nachrückt. Also Harrison ist der Präsident, der am kürtesten amtiert. Am längsten wohnt im Weißen Haus Franklin Delano Roosevelt. FDR wird er oft auch einfach nur genannt. Als er 1933 in das Weiße Haus einzieht, stecken die USA in der sogenannten Großen Depression. So nennt man die Weltwirtschaftskrise. Um die in den USA zu lindern, setzt Roosevelt die Politik des New Deal dagegen. Mit Wirtschafts- und Sozialreformen schafft er es, die Wirtschaft anzukurbeln und die soziale Absicherung der US-Amerikaner zu verbessern. Er beendet auch die Prohibition. Zwischen 1920 und 1933 ist es nämlich in den USA verboten, Alkohol herzustellen und zu verkaufen. Als Roosevelt im Jahr 1936 zum zweiten Mal gewählt wird, bekommt er eine riesige Mehrheit. Kein Präsident zuvor strebt eine dritte Amtszeit an. Es gibt aber kein Gesetz, das eine dritte Amtszeit unmöglich macht. Es gibt nur ein informelles Prinzip. Alle Präsidenten davor haben sich daran gehalten. Aber Roosevelt sagt sich, wenn es kein Gesetz gibt, warum denn nicht? Deshalb kann Roosevelt 1940 zum dritten Mal antreten und wird auch zum dritten Mal gewählt. Erst 1951 wird es gesetzlich geregelt, dass es maximal zwei Amtszeiten gibt. Roosevelt führt die USA in den Zweiten Weltkrieg gegen das Kaiserreich Japan und gegen das Deutsche Reich. Auch dank der Erfolge der US-Armee ist er so beliebt, dass er 1944 zum vierten Mal zum US-Präsidenten gewählt wird. Seine Ansprache zur Amtseinführung dauert aber nur ein paar Minuten. Auch das große Fest, das Spektakel, das es immer zur Amtseinführung eines US-Präsidenten gibt, fällt im Jahr 1945 aus. Denn Franklin Delano Roosevelt ist schwer krank. Schon seit dem Jahr 1920 ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Diagnose lautet Polio, zu Deutsch Kinderlähmung. Als Roosevelt im Frühling 1945 stirbt, ist er der Präsident mit der längsten Amtszeit. Und derjenige, der das Land so sehr wie nur wenige andere verändert hat. Wenn es darum geht, wer der größte Präsident war, fällt sehr oft sein Name. Allerdings ist der wohl größte Präsident aller Zeiten Abraham Lincoln. Er ist tatsächlich der größte im Sinne von der körperlich größte. Allerdings muss man sagen, Lincoln ist natürlich auch von seiner Bedeutung her für viele überragend. Während seiner Präsidentschaft tobt in den USA der Bürgerkrieg. So haben wir auch schon mal ein Video gemacht, das findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Lincoln ist der erste Präsident, der der republikanischen Partei angehört. Er bewahrt nicht nur die Einheit der Vereinigten Staaten, sondern er schafft auch die Sklaverei ab. Noch bevor der Krieg endgültig zu Ende geht, erschießt ein Attentäter den Präsidenten während einer Theatervorstellung. Er stirbt. Bis heute wird Abraham Lincoln von beiden politischen Lagern in den USA verehrt wie kaum ein anderer Präsident. Vielleicht kennt ihr auch dieses Gebäude hier, das Lincoln Memorial in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington. Ein echter Tempel, den man zu Ehren Lincolns erbaut hat. Und in dessen Inneren befindet sich eine gigantische Statue aus weißem Marmor, die den Präsidenten auf einem Thron sitzen zeigt. Das erinnert sehr an das alte Griechenland, an den Zeus-Tempel von Olympia. Dort befand sich in der Antike auch eine solche Statue, die den sitzenden Gott Zeus, den Vater der Götter und Menschen darstellte. So, jetzt habt ihr vielleicht eine Vorstellung davon, wie Lincoln in den USA verehrt wird. Lincoln lässt sich gut verkaufen und deshalb gibt es auch eine ganze Reihe von Filmen über Lincoln. Im Jahr 2012 kommt sogar ein Film raus. Da geht es um Lincoln, der als Vampirjäger unterwegs ist. In mindestens einer Hinsicht ist Lincoln übrigens nicht herausragend. Er ist Vater von nur vier Kindern. Ja, ich sag nur, denn der US-Präsident mit den meisten Kindern ist John Tyler. Er kommt als Vizepräsident des verstorbenen Präsidenten Harrison. Könnt ihr euch daran erinnern, haben wir vorhin schon gesagt, mit der kürzesten Amtszeit. So kommt er also an die Macht und Tyler hat insgesamt 15 Kinder. Ansonsten gibt es wenig Spektakuläres über ihn zu sagen. Er kommt in der Geschichtsschreibung eher schlecht weg. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er immer sehr umstritten war. Die Härte der damaligen politischen Auseinandersetzungen lässt schon etwas von dem Bürgerkriege ahnen, der bald darauf die USA entzweit. Einer seiner Nachfolger bezeichnet Tyler sogar als Politiker von monumentaler Unbedeutsamkeit. Dieses vernichtende Urteil stammt von Theodor Roosevelt. Roosevelt hat man doch schon. Nämlich der mit den vier Amtszeiten, sind die irgendwie verwandt? Jein, also sie sind Cousins fünften Grades. Das heißt, sie hatten den gleichen Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater. Also so richtig eng verwandt waren sie nicht. Theodor Roosevelt wird mit nur 42 Jahren Präsident und ist damit der jüngste Amtsinhaber aller Zeiten. Hat vielleicht auch mit seinem Alter zu tun, dass er ein sehr energischer Politiker ist. Theodor Roosevelt sagt, dass er die Regierungsgewalt des Präsidenten so weit nutzen will, wie es die Verfassung und das Gesetz erlauben. Er strebt keine Diktatur oder sowas an, aber er sagt, alles was nicht verboten ist, werde ich tun, um mein Amt auszuüben. Politiker drücken sich gerne mal um Entscheidungen herum, wenn es um verzwickte Angelegenheiten geht und ist ja auch okay, denn manchmal lösen sich Probleme sozusagen von selbst, wenn man ein bisschen abwartet. Aber Roosevelt ist da ein ganz anderer Typ. Er zitiert gern das Sprichwort, sprich sanft und trage einen großen Knüppel. Was das bedeutet, sieht man an seiner Außenpolitik. Roosevelt setzt auf Diplomatie und auf eine starke, mächtige Flotte. Der Präsident bringt die USA auf die politische Weltbühne. Die Vereinigten Staaten werden zur Weltmacht. Aber Roosevelt übt nicht nur Druck aus, der Beweis ist, wenn man so will, dass ihm der Friedensnobelpreis verdient wird, weil er mithilft, den russisch-japanischen Krieg zu beenden. Und was ganz interessant ist, nach Roosevelts Kosenamen Teddy ist der Teddybär benannt. Während ein Teddybär in den Kinderzimmern wahrscheinlich als Spielzeug must have gilt, gestern wie heute und allgemein beliebt ist, so sieht es bei dem Herrn, der jetzt kommt, ein bisschen anders aus. Also in politischer Hinsicht, Andrew Jackson. Dieser US-Präsident ist nämlich ziemlich umstritten. Bis heute. Die ersten Präsidenten der USA haben im Bürgerkrieg gekämpft oder die amerikanische Verfassung mitgeschrieben oder beides. Sie sind alle Grundbesitzer. Jackson gehört nicht zum Establishment, wie man das heute sagen würde. Er stammt aus einer kleinbürgerlichen Einwandererfamilie. Allerdings legt sich Jackson ebenfalls eine Plantage zu und besitzt bald 150 Sklaven. Und besitzt ist nach den damaligen Verhältnissen leider der treffende Begriff. Vielleicht bekommt ihr einen Eindruck von seinem Politikstil, wenn ich euch erzähle, dass Jackson in etwa ein Dutzend Duelle verwickelt ist. Damit meine ich keine TV-Duelle gab es damals noch nicht, sondern Duelle mit Pistolen. Ein Widersacher erschießt er dabei sogar direkt. Jackson selbst wird auch einmal angeschossen und weil die Kugel nicht entfernt werden kann, hat er sein Leben lang Schmerzen deshalb. Jackson ist als Präsident alles andere als zimperlich, vor allem gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern. 1830 wird der Indian Removal Act, das Gesetz zur Umsiedlung der Ureinwohner, beschlossen. Jackson, der als Soldat schon gegen verschiedene Stämme gekämpft hat und daran beteiligt war, ihnen ihr Land wegzunehmen, lässt Native Americans aus den Naturparadiesen im Südosten der USA in das wenig fruchtbare Oklahoma umsiedeln. Bei diesen Vertreibungen sterben zehntausende Menschen und die Kulturen dieser Völker werden zerstört. Auf das schwierige Thema gehen wir auch in einem anderen Video noch mal ein, findet ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Der siebte Präsident unserer Reihe dagegen sticht hervor mit, ja, schaut einfach mal selbst. Hier könnt ihr es schon lesen. Genau. Der Mann wird zum Präsidenten gewählt, verliert nach vier Jahren die Wahl, tritt dann wieder vier Jahre später nochmal an und gewinnt erneut. Cleveland ist der einzige Präsident, der zwei getrennte Amtszeiten regiert. Deshalb ist er sowohl der 22. als auch der 24. Präsident der USA. Er zieht als Junggeselle ins Weiße Haus ein, ein 140 Kilo Mann, der Bier und Zigarren liebt. Aber als er 49 Jahre alt ist, heiratet er 1886 seine 21-jährige Freundin Frances Folsom. Und da wird es romantisch, denn das ist die einzige Hochzeit, die es bisher im Weißen Haus von einem Präsidenten gab. Als sich im Jahr 1894 von Chicago aus ein Eisenbahnerstreik über das ganze Land ausbreitet, da will der Präsident hart durchgreifen. Er beklagt, dass durch die Blockade von Zügen die Postzustellung im Land gefährdet sei. Cleveland erklärt, notfalls werde er die gesamte Army und die gesamte Navy einsetzen, um in Chicago eine Postkarte zuzustellen. Tatsächlich stellen die Soldaten aber keine Post zu, sondern beenden den Streik mit Gewalt. Ein Präsident, der Soldaten gegen Arbeiter aufmarschieren lässt. Das ist auch eine Besonderheit. Ja, das war meine Auswahl von sieben US-Präsidenten. Aber vermutlich habt ihr auch US-Präsidenten, bei denen ihr sagt, die stechen in irgendeiner Form besonders heraus. Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Es gibt ja eine ganze Reihe interessanter, merkwürdiger und auch manchmal skurriler Fakten zu den US-Präsidenten. Und weil ich nur ein paar erwähnen konnte, könnt ihr natürlich gerne selbst noch ein paar zusammentragen und eben unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin sehr gespannt, was ihr da alles so ausgreift. Wer mehr zur Geschichte der USA wissen möchte, findet hier ein Video von unserem Kanal. Darin geht es um die Verfassung der USA und darunter findet ihr ein Video von meinem Kanal. Da geht es um den Herausforderer von Donald Trump, nämlich um Joe Biden. Was will er? Vor allem was wir da anders machen als Donald Trump. Mehr dazu hier unten. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.